Und hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Worms Ultimate Mayhem. Der Zittergott hat sich diese Insel gewünscht, freiwillig oder unfreiwillig, und er fängt schon wieder an. Und Cha-Cha Charles kann immer noch nichts dafür, für deine Niederlage vom letzten Mal. Alter! Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Was zum Teufel? Du hast die halbe Insel schon verseucht! Warte mal. Ey, was ist das hier? Ey, was ist denn hier nicht richtig? Hä, was passiert hier? Disco Dennis? Ja, Disco Dennis, was... Hä? Ah! Ah, nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Und noch eine Miene, Bäm! Oh nein! Ich wollte nur mal auf den Rand und dann da so eine Granate reinwerfen und dann irgendwie runterhüpfen mit Fallschirm. Ja, Virus eingefangen. Das ist ja schön. Springen wir ins Wasser. Deine Würmer können schwimmen. Na ja, können sie doch schon. Boah, Alter, die Steuerung! Wo ist meine Kamera, Mann? Boah, meine Fresse! Junge, Junge! Das war ganz schön knapp. Ach, Quatsch. Also, die Blattetraill! Bazooka, ja? Ja. Nein! Nein! Ja, Mann! Oh, scheiße, war das knapp! Passt uns, was heifeln! Done! Oh! Alter, wie gut ist denn das jetzt? Ach, so gut! 50! Ja! Aber er hat erstmal Disco Dennis. Ja, ja, warte mal ab! Kommt noch ein bisschen mehr! Kick'n'Kell, komm! Ach, scheiße! Disco Dennis sitzt hier irgendwo mitten auf dem Balkon! Ich kann ja nicht mal irgendwas sehen! Ich kann nicht mal springen! Ja, ich seh's! Ich kann... Ja, der Abbruch ist so groß! Der hängt da an der... Nein! Oh! Gott sei Dank! Scheiße! Ah, verdammt! Das kann nicht wahr sein! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Ich mach das jetzt auch mal! Einfach mal Dinge kaputt machen! Manchmal muss man Dinge kaputt machen! Das war doch nix, oder? Ja, ein bisschen! Getroffen? Ein bisschen! Aber Cha-Cha-Charles ist ja auch noch da oben und ist vergiftet! Ah, das ist natürlich noch die falschen hier! So eine Kacke, ey! Ah, ich dachte eigentlich, das wäre der Turm mit den Bäden hier! Wo ich vorhin runtergehüpft bin! Wenn ich da eine Granate reingeschmissen hätte, ey! Mann! Dann wäre der Tod der anderen... Des Wurms... Meines Wurms nicht umsonst gewesen! Du brauchst Cha-Cha-Charles gar nicht anvisieren! Schieß daneben! Ich schaue gar nicht! Nein, höher! Ah! Nee! Oh Gott! Das wird ja eine vernichtende Niederlage, wenn das so weitergeht, ey! Mann! Und der blöde Wurm hier, der muss sich bloß eh mal verkrabeln! Oh Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Der ist einfach mal am Pixel hängen geblieben und fällt ins Wasser! Was willst du denn da machen? Oh Mann! Was? Boah, Alter! Uh, nix! Oh, Scheiße! Alter, war das... Scheiße! Hat der ein Schwein, ey! Der kann doch nicht wahr sein! Du willst doch kommen, aber! Das kann doch nicht wahr sein! Ist ja nicht so, dass ich der Kind sie gönne, ja? Aber ich gönne dir nicht! Komm, wir gucken, was da jetzt rauskommt! Was ist das, Friedensbrecher? Schieb doch mal, schieb doch mal gegen das Geländer! Ja, hab ich eigentlich fast gedacht, dass das passieren wird, aber Gott sei Dank nicht! Oh! 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 Hat ganz schön Schaden gemacht! Das ist gar nicht so übel! Was war denn das? Das war alle nicht! Hahaha! Klicke doch selber mal die Waffen durch! Ja! Frohlo! Ja, nee! Ja! Ich zeig ja meinen... Na gut, wenn ich jetzt... Ah, komm! Disco-Netis! Nein! Doch! Wo geht's denn jetzt hin? Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Oh, Blinkgänger! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Sieh da... Ah! 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 Oh, nein! Das war ein Windgänger! Scheiße! Oh, Mann! Was denn jetzt? Ich konnte gar nicht lenken! Ne, du... Ne, das ist... Das ist ein bisschen blöd! Du musst... Du musst... Du musst das irgendwie... Ja, das... Mit der... Mit der... Ich werde mich auch nie wirklich gleich kommen! Immerhin! Immerhin! Ja, jetzt kommt Medikit! Ja! Cool! Danke! Das... Das passt ja! Für mich, ja! Vielen Dank, Spiel! Ah! Ich krieg... Ah! Ich krieg er jetzt! Die Butzi um! Shotgun Sam! Ja! Shotgun Sam! Der ist, äh... Gut im Umgang mit, äh... Armbrüsten! Nein! Komm auf und spring! Okay, das ist Ego-Shooter! Wie krieg ich denn... Scheiße, Alter! Hehe he he was! Was ist? Alter Ei, warte! das muss ich von Da Drünen machen, das ist besser! Scharf?! Zahl! Ja, ich zeig ja? Wie gesagt, meiner Club-Ulozu-Die不是 ein bisschen was... Also unsere! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Mää! Määbäh! Määbäh! Bähls! Das Sch spy was ist so Lucu! Da ist doch keiner einige Hand dran, aber da. Oh man, oh man. Das war wirklich ein sehr vernichten Sieg. Vielen Dank an alle, die auf mich gesetzt haben. Leute, Leute. Eine, eine 7-Minuten-Folge. Na komm, wir machen gleich weiter. Nächste Karte, wir machen gleich weiter. Dann können wir gleich weitermachen, ja. Oh. Verdammter Mist. Ja, schön. Revanche. Und das seht ihr in der nächsten Folge. Haha. Was? Bei der 7-Minuten-Folge? Ja, ja. Manchmal ist das so. Ja. Ist ja gemein, so ein Kundenquatsch. Kunden, ja. Geschichten, die ihr das Leben schreibt. So, also bis zum nächsten Match in Folge 3. Liken, kommentieren, abonnieren und strangulieren. Ne, was war das? Und stimulieren. Stimulieren. Stimulieren, genau. Stimuliert eure Strangulation. Ja, genau. Tschüss, bis zum nächsten Folge. Cela missionático. Wie ohne sie...